Die Grafikkarte GeForce GTS 250 ECO stammt vom Hersteller Zotac. Der Nvidia-Chip ist DirectX 10 fähig. Die aktive Kühlung mit einem 80 mm großen Lüfter verbreitert die Karte auf zwei Einbauslots. Der Grafikchip Nvidia GTS 250 hat 128 CUDA-Cores. Die Taktfrequenzen sind gegenüber dem Referenzdesign von Nvidia reduziert. Die Anschlüsse entsprechen mit je einmal VGA, HDMI und DVI dem Standard. Die Karte benötigt eine zusätzliche, achtpolige Stromversorgung. Das beigefügte SP-DIV-Kabel ist notwendig, um das Audiosignal über die digitalen Grafikkartenausgänge zum Empfangsgerät zu übertragen. Per SLI lassen sich mehrere Grafikkarten in einen Verbund zur Leistungssteigerung schalten. Jochenoper. olan- Vielen Dank.